Herzlich Willkommen ihr State of Swivel Interessierten zu einem neuen Basic Video mit dem Thema Ungeheuer. Der Affe, ich habe ihn hier Thanos genannt, weil ich die Marvel Filme einfach liebe, könnt ihr hier einfach auf den Button klicken und das Ding umbenennen, ist jetzt knapp zwei Wochen auch produktiv draußen in meinem Start hier 21. Ich habe euch da schon ein paar Videos auf dem Testserver gezeigt. Der ist aber doch mal leicht verändert jetzt gekommen und wir schauen uns mal an, wie weit bin ich jetzt hier aktuell ohne Geld in den zwei Wochen mit dem Affen gekommen. Was solltet ihr vor allem hier in dem Forschungsbereich als erstes machen, um eure Stats möglichst hoch zu boosten. Zudem hatten wir jetzt die erste Hauptschlacht, das heißt wir haben ein paar Kampfberichte, wo der jetzt hier mit bei ist. Da können wir uns das mal angucken. Hier meine Highcacher am Start haben die natürlich schon viel höher als ich. Wir gucken uns mal an, was hat der für Fähigkeiten. Das sieht man hier auch, wenn ihr eure Allianz Forschung, es gibt eine neue Forschung dann, wenn der freigeschaltet wird. Wenn ihr die hochlevelt, dann kann in einer Rallye mehrere Affen mitgeschickt werden. Ich scrolle hier mal so ein bisschen runter. Irgendwo müsste ich ja auch mit, ja hier bin ich auch mit bei und dann sehen ihr, dass sie die Affen Kills machen können, dass die Schaden absorbieren können, wenn ihr hier oben weitere Fähigkeiten freischaltet. Ja, wir gucken uns mal in Ruhe den Affen an, das Ungeheuer, den Belemoth glaube ich auf Englisch und damit viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch hier noch mal die Update Mitteilung rausgesucht zu dem Ungeheuer. Hier steht noch mal ganz klar drin, wann der freigeschaltet wird und zwar ab der 50. Woche. Das heißt, wenn euer Start noch jünger ist, wenn ihr gerade erst seit ein paar Wochen spielt, wundert euch nicht, der Affe kommt erst etwas später dazu und wenn es soweit ist, könnt ihr ein neues Gebäude bauen, das heißt Ungeheuer Institut und das startet gleichzeitig mit einer Reihe von Events, die wir uns jetzt nochmal anschauen. Zu den Events kommen wir zum Beispiel oben rechts auf Ungeheuer klicken und das erste, was ich euch sehr empfehle, nimmt auf jeden Fall die täglichen Belohnungen mit, wenn ihr euch anmeldet. Also hier links, das sieht ein bisschen unscheinbar aus dieser Kalender, da könnt ihr dabei raufklicken und dann jeden Tag hier schön Materialien für den Affen einsammeln. Ich habe das jetzt hier schon 11 Tage lang gemacht, 3 Tage ist noch und wenn ihr euch 7 Tage hintereinander oder dann nochmal 14 anmeldet, bekommt ihr am Schluss nochmal 20 Fragmente. Also ihr müsst den Affen so ein bisschen wie so ein Held hochleveln. Er hat dann auch ein paar Fähigkeiten, dafür braucht ihr Batterien, da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist ein wichtiger Tipp, vergisst das nicht. Das leuchtet ja auch so ein bisschen rot, aber manchmal kann es ein bisschen untergehen, dass ihr auf jeden Fall die täglichen Belohnungen hier schon mal mit einsammelt. In diesem Bereich gibt es jetzt 4 dazugehörige Events, wobei das unterste eigentlich nur im Weg zum Geld ausgeben ist. Hier könnt ihr also so einen Wochenpass oder einen Monatspass holen, habe ich nicht gemacht, ist mir alles viel zu teuer, aber wer Bock hat, wer genug Geld hat, kann das natürlich tun. Wir gucken uns mal die drei anderen Events an. Das oberste hier ist jetzt schon vorbei. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, guckt euch das auf dem Testzäuber nochmal an. Nur nochmal eine kurze Zusammenfassung jetzt aus meiner Erfahrung, wenn ihr ganz stark seid, also Rally Leader und auch immer alles kauft, was geht, dann geht auf das Ding Solo los. Also ihr könntet eben wieder einen Solo-Angriff machen oder einen Rally. Und macht natürlich alle Buffs an, große Marsch, also das zählt da alles mit rein, ihr müsst möglichst viel Schaden machen. Wenn ihr aber eurer Allianz helfen wollt, weil es gibt ein Ranking für Allianz und Einzelranking, dann macht lieber Rallys. Also lasst dich starken Rallys starten und wenn ihr dort nicht so stark seid und joinet, war meine Erfahrung, ihr könnt ja gar nicht mehr schreiben, wie das bei euch war, dass dann ihr mehr Schaden macht, wenn ihr das gemeinsam in der Rally angreift, als wenn ihr das einzeln macht. In dem zweiten Event, Ungeheuer Veredelung, geht es darum, den Affen möglichst schnell hochzuboosten, nachdem er freigeschaltet ist. Wir kriegen hier noch ein paar Extra-Belohnungen, wenn wir zum Beispiel Serium oder Fragmente benutzen. Da sammeln wir XP. Das gleiche hier bei den Wachstumszielen. Das, was ich vorher schon freigeschaltet habe, sieht man hier natürlich nicht mehr. Wenn ich jetzt hier nochmal das Ungeheuer Hochlevel mit Serium, kriege ich zusätzlich nochmal was dazu. Und XP, wo man dann in diesen Kisten hier unten nochmal extra Fragmente bekommt. Es geht los mit zwei, vier, sechs Batterien. Hier bin ich gerade bei zwölf. Ich denke mal zwölf schaffe ich noch, aber so ab Gold wird es echt schwierig. Gerade wenn ihr keine Pakete kauft, dann glaube ich jetzt nicht, dass ich hier Gold noch erreichen kann. Das ist aber mal ein ganz guter Einblick für Free2Play. Also zumindest für diesen Affen, nicht für meinen ganzen Account. Wir gucken nochmal rein. Ich glaube genau hier drei Tage läuft das Event noch. Also ein bisschen was kriege ich hier noch. Können wir gut vorstellen, gerade mit dem letzten Bonus, dass ich da noch ein paar Kisten einsammeln kann. Aber alles wird hier nicht möglich sein. In dem Event Ungeheuer Jagdzeit geht es eigentlich nur darum, dass ihr eh eure hoffentlich täglich machenden Raids auf die Infizierten macht. Und das könnt ihr einfach hier fünfmal machen. Danach gibt es keine Belohnung mehr, habe ich schon gemacht. Und dann gibt es hier zusätzliche Materialien für das Ungeheuer. Dafür, wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, was ich meine, ich zeige es euch nochmal. Ihr macht ja eure täglichen Aufgaben. Hier geht über die Suche. Genau, Infizierte Fanatiker. So heißen die. Sucht euch hier eins. Und wenn ihr den angreift, seht ihr jetzt auch nochmal die Chancen, dass hier dann Ungeheuer Zellen, also die Teile mit drin sind und Batterien. Und den Rest kennen wir schon. Das könnt ihr halt fünfmal am Tag machen, um dann zusätzliche Materialien hier abzugreifen. Nach den Events schauen wir uns jetzt mal das Gebäude an. Das ist hier Ungeheuer Institut. Und wenn wir reinschauen, das ist das, was ich mit den, in der Spielzeit jetzt von den knapp zehn Tagen Free to Play erreicht habe. Oben Level 23. Mit Serum könnt ihr das verbessern. Habe ich jetzt hier nicht genug. Dann haben wir diese Mittelkanone. Das ist jetzt Stufe 2 freigeschaltet. Da braucht man diese Heldenfragmente für. Und wenn ihr hier das Ding weiter entlevelt, werden auch immer weitere Skills freigeschaltet. Diese Skills können wir verbessern. Und hier möchte ich jetzt nochmal einen Fokus drauf legen. Wenn ihr die Skills freischaltet, kommen nach und nach auch hier weitere Äste hinzu. Also das Herz hier unten wird dann später noch weiterkommen. Der letzte Skill ist übrigens noch nicht freigeschaltet, bald verfügbar. Also da entwickeln sie sich noch weiter. Aber bis vier ist momentan hier möglich. Und dann stehen hier eben verschiedene Fähigkeitsbeschreibungen drin, was die Skills können. Und ich habe jetzt hier die ersten beiden freigeschaltet. Wir gucken uns hier mal ein Beispiel an. Das ist Artilleriebeschuss, der durchgeführt wird. Und das zweite ist destruktive Raketen. Ach, wir springen einfach mal kurz in so einen Kampfberichtbeispiel rein. Da kann man das ganz gut sehen, die Effekte. Das finde ich, haben sie ganz nett gemacht. So ein bisschen überarbeitet. Hier unten gibt es jetzt ja Wiederholungen bei so einem Kampfbericht. Und da sehen wir dann, wie die Affen schießen. Das sind jetzt diese Kanonen. Also diese blauen Schüsse. Das, was ihr die erste Fähigkeit habt. Und alle x Runden, je nachdem wie weit ihr das freigeschaltet habt, jetzt hier seht ihr die Kanonen, die feuern. Und dieses Schild von den Truppen, was jetzt hier so grün leuchtet, das ist der dritte Skill. Den habe ich noch nicht freigeschaltet. Aber hier bei den Spielern ist das schon der Fall gewesen. Bei den Skills hier gibt es wichtige Sachen zu beachten, wenn ihr das Beste rausholen wollt. Und zwar gibt es alle fünf Schritte zusätzliche Stats. Das heißt, versucht es immer möglich in Fünfer-Schritten zu machen. Hier fehlt mir jetzt noch einer für die 15. Hier habe ich den deswegen erstmal auf 10 gemacht. Warum? Gucken wir uns das mal an. Ich bin jetzt hier auf 10. Wenn ich weiter runtergehe, ab 15 gibt es wieder Truppentödlichkeit. Und ja, Reserve, Mobilisierer haben sie schlecht übersetzt. Eigentlich, gucken wir es mir mal auf Deutsch an, geht es hier um Zustand, Tödlichkeit, Verteidigung, Truppenangriff. Den ihr hier alle fünf Stufen nämlich dazu bekommt. Das gleiche ist hier oben der Fall. Also wenn ich jetzt hier auf den 15 hochgehe, geht der Abwehrregel und Widerstandsbrecher. Aber eigentlich ist es hier Truppenangriff und Truppenverteidigung genannt. Ja, also da drauf achten. Immer in Fünfer-Schritten das Ding hochleveln. Und was mir jetzt hier vor kurzem erst aufgefallen ist, es gibt hier so kleine, die dann so den Skill so ein bisschen, hier zum Beispiel die Jägerangriff verbessern. Dachte ich, ah ja, machst du erstmal die Großen. Aber hier bei dem Ersten, hier geht es um Infanterie. Und hier geht das Gleiche. Ich habe den jetzt hier mal auf 5 hochgeboostet. Ich hätte das mal schon vorher machen sollen und statt 14 hier unten erstmal lang gehen. Aber naja, ich lerne für euch. Wenn wir hier nämlich mal runtergehen bei 10, gibt es wieder Abwehrregel und Widerstandsbrecher. Was heißt das? Naja, wieder versteckt, schlecht übersetzt, wie auch immer man das nennen soll. Gucken wir hier oben rein. Stufe 5 gibt mir Truppenangriff und Truppenverteidigung 1,7% dazu. Und das Ganze für nur hier 7, was habe ich reingebracht? Ach nee, das ist jetzt die 5. Stufe. Weiß nicht, sagen wir 20 Batterien oder so, habe ich jetzt für Stufe 5 gebraucht. Und für 20 Batterien direkt mal 1,7% mitnehmen. Dauerhaft. Natürlich nur, wenn ihr den Affen mitschickt. Also jetzt nicht immer, aber immer wenn der Affe im Einsatz ist, dann wirkt das. Das nehmt auf jeden Fall mit. Wir gucken mal runter hier bei 15. Ja, gibt es das auch wieder. 5% sogar dazu. Und hier nochmal 6%. Also meine nächsten Batterien, die ich kriegen werde, packe ich erstmal hier unten rein, um die Stats mitzunehmen. Ganz klar. Nach den Grundlagen schauen wir uns den Affen jetzt mal im Einsatz an. Hier sind ein paar Zombies. Wenn ich die angreife, kann ich unten links jetzt den Affen mit auswählen. Hier ist ein Freiraum. Wunder. Wahrscheinlich werden hier noch weitere Affen hinzukommen. Warum könnte ich denen sonst auch einen Namen geben? Natürlich nur meine Schätzung. Ich weiß nicht, ob wirklich so ist, aber warum sollten sie das sonst freilassen? Wichtig ist, wenn ihr Infizierte angreift, dann könnt ihr die Formation machen, wie ihr wollt. Aber wenn ihr einen anderen Spieler angreifen wollt, dann müsst ihr zwangsweise die Formation 60-2020 wählen. Die schlägt der einem auch vor. Haben wir jetzt hier mal einen Spieler? Jetzt will ich den natürlich nicht angreifen. Hier. Angriff. Seht ihr es auch? Hat er hier 60-2020 automatisch ausgewählt. Und wenn ich die Formation jetzt hier ein bisschen verändern würde, dann gibt es die Meldung. Achtung, deine Maßzusammenstellung passt nicht. Das ist wichtig, dass ihr darauf achtet. Es ist natürlich ein bisschen suboptimal, weil die Helden unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das würde jetzt zu weit gehen. Also die Skills der Helden könnt ihr nicht optimal ausnutzen. Vielleicht ist es so besser formuliert, wenn ihr den Affen benutzt. Aber andererseits ist der Affe so stark, dass man ihn eigentlich auch nicht verzichten möchte auf ihn. Deswegen sorgt dafür, dass der immer mit drin ist, wenn ihr irgendjemanden angreifen wollt, wenn ihr eine Rallye startet bei den wichtigen Themen. Damit das Video jetzt nicht zu lang wird, schauen wir uns abschließend nochmal ein, zwei Kampfberichte an. Denn das war jetzt gerade die erste Hauptstadt-Schlacht, wo der Affe bei uns freigeschaltet war. Hier ein paar starke Rallys mit sehr starken Spielern in meinem Start. Gucken wir uns das hier mal an. So sieht das aus, wenn man den Affen etwas hochkauft. Das habe ich nicht gemacht. Hier Magic Frog hat den sogar schon auf Stufe 61. Und wenn wir uns hier auf die Lupe mal anschauen, sehen wir auch, wie haben die Skills gewirkt. Skills schaden. Und das dritte ist der absorbiert. Also die dritte Fähigkeit, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Und das Besondere ist, dass man eben hier mehrere Affen in eine Rallye schicken kann und die dann auch immer gegeneinander kämpfen. Hier in dem Beispiel hatten wir sogar weniger als der Angreifer mit drin, was natürlich für ihn dann ein Vorteil war. Und wenn ihr mehr Affen mit reinschicken wollt in eine Rallye, dann geht das über die Forschung. Da gucken wir uns das nochmal an. Allianzforschung in den alten Staaten, wo ich bin, 21, sieht das noch ein bisschen anders aus. In den neueren Staaten, ich glaube, so ab, weiß ich gar nicht, 300, 400 oder so, haben sie ja die ganzen Bereiche umgestaltet. Da gibt es jetzt hier eine neue Forschung, die heißt aber genau gleich, sieht einfach nur anders aus, ungeheuer Rateplätze. Wenn ich hier jetzt hier für spende, haben wir jetzt hier plus 1, plus 2, dann könnt ihr halt pro Rallye mehr Affen gleichzeitig mitschicken und macht das euch natürlich damit stärker. Den Kampfbericht haben sie auch mal wieder grafisch überarbeitet, aber das ist ein Thema für ein anderes Video zum Beispiel, was dieses 10.8 bedeutet. Wollte ich nochmal einen kleinen abschließenden Blick geben, weil das ja für euch ganz interessant ist, was man so nach über drei Jahren Spielzeit jetzt hier schon erreichen kann an Werten. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr starke Spieler, 2800% durch Generation 12 Helden maxed, stark Infanteriezustandswerte und unten haben wir dann auch den Affen mit bei und zwar hier. Ungeheuer Verteidigungsbonus und ungeheuer Zustandsbonus, das alles kommt von dem Affen mit rein. Ich überlege gerade, habe ich einen Bericht von mir hier nochmal für euch. Ja, nehmen wir einfach hier mal einen Zombie angegriffen, Level 23, ist halt jetzt mein Affe nach knapp 10, 11 Tagen Spielzeit, seitdem er freigekommen ist und die Werte greifen halt hier oben ein bisschen rein. Truppenangriff, Verteidigung, Zustand, Tödlichkeit durch die Skills, alle fünf Stufen, was ich euch gerade gezeigt hatte und hier unten haben wir das Ungeheuer mit 13% und 8%, die hier noch ein bisschen mit reinwirken. Das war jetzt ein guter Überblick zum Thema Ungeheuer. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr seht, ich habe noch zwei Minuten, bis unser Wasserkampf losgeht. Damit bände ich jetzt mal das Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen da lassen und einen Kommentar. Das pusht mein Video im YouTube-Algorithmus nach oben und unterstützt diesen Kanal. Vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.